Servus, grüßt euch bei uns da wieder mal in Wahlstätten nach der Tonedition. Ja, gut. Fangen wir da hinten rein. Aber es sind ja eins. Es ist mal, dass du noch nicht in Wunderschön geworfen hast. Wir kommen noch mit. Gut, schauen wir mal, wo wir die hinkriegen. Kleidung. Mmmh, die stengen als Sodo. Okay. 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 Und dann... So, auf alle Fälle wird jetzt das Nummer größer noch geltsigen. So, hier sind wir wieder grämmen. 50.000 und dann 9 kriegen wir, das wären 450.000. 50.000. 50.000. 50.000. 50.000. 50.000. 50.000. Möchtest du Krapfe scheißen? Hallo, runter mit Enk. Müssen wir den Dugner fast warten. Ja, das ist dann halt. Oh, das ist nämlich mit. Möbel haben wir nichts mehr. Oh, na. Apropos Schnitzel, hat der seine letzte Futter da reingeklaut. 100.000 Euro. Da kommt man dann wahrscheinlich auch schon wieder umfüllen. Ja. Da ist noch ein bisschen darin. Auf das warten wir noch. Da schauen wir uns dabei mal den Kollegen an. Jetzt müssen wir den Stroh reinlaufen. Da müssen wir schauen, wie weit wir da sind. 240 haben wir gesagt ungefähr. War ja die Rechnung beglichen. Und praktisch eine Ladung zahlt mit 40.000. 301, ja, die geht noch ein. Die Ladung geht noch ein. Müssen wir quasi wieder 80.000 zahlen. Jetzt machen wir gleich noch eine Rechnung mit 80.000 an die Stadt. Waren. 350 haben wir gesagt. 80.000 Liter. Silage. So, jetzt tun wir die Lieferung einmal dazu. Lieferung. Sichere tun wir auch einmal dazu. Dass das alles schon mal passt. Gut. Dann passen wir wieder. Hier. A-ha. Hamen ist erfuig. Hamen ist erfuig. Dann nehmen wir die ganze Buncheare da hin, hochsill abladen, das heißt eigentlich nicht. Ich hoffe, dass du jetzt den Euro lohnen. Dann müssen wir da rein schauen, wieviel es der da oben hat. Was gibt es sonst zu machen heute noch? Schauen wir da mal rein, beim Kühler. Na ja, dann haben wir das Ding abgefügt, genau. Da wollen wir jetzt die Tiere noch schnell nachschauen. Dann haben wir das Ding abgefügt. 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 Das ist nicht gut. Ich bin auf alle Fälle auf Fuhr. Auf Fuhrmissration. Ich fahre mal in den Landhandel. Gut. Und ein Heu braucht er daran. Ein Heu muss er. Ja, das ist aber noch nicht so tragisch. Aber ein Heu braucht er auch. Dann. Schauen wir da noch. Und Lukas, der ist auch schon wieder da. Lukas braucht der Ladung. Gut. Instruktion. Hat der was das, was ich brauchen kann? Nö. Ja. Brandhandel. Gut. Machen wir jetzt eine Elbse. Die haben zwar noch etwas drin, aber das passt. Schauen wir aber den Revis ein. Der Revis hat auch noch mehr drin. Oh, ich glaube, da haben wir, ihr geht wo. Einmal der Queen. Einmal der Queen. So, da haben wir die Hänge hier drin. Da haben wir mal null gelohnt. Jetzt ist eine Mischration drin. Eine Silage hat er. Was tun wir denn mit einer Silage? Was tun wir denn mit einer Silage? Scheibe auch nicht. Oder was tun? Ich gehe zu admin. Ich gehe einfach nur auf unsere Silage hinzu. Ach. Ja. Du bist, das glaube ich. Es gibt nur eine Silage. Ach. Da sind ein da. Du bist du selbst. Gut, da wollen wir uns auch nicht schon dazu, was wir da haben. Dann müssen wir da rein schauen, wenn wir eine Dose. Der Kühler braucht noch mehr Heu, dann habe ich ja Heu. Habe ich Heu. Aber wenn gibt es Heu schon? Dann müssen wir da ein bisschen rein sein. Ja, das war nicht der Teufel. Daher ist der Kühler. Ja, wir haben hier eine Kühler. Wir haben hier eine Kühler. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann Kühler 32.375 Sollten wir ihm da jetzt ein Hai eintragen und den Kühler liefern, weil der Kühler, der wir fallen in den Stall und der wird unterwegs. Das tun wir. Was können wir für das Deig ist zu acht. Und der Kühler seine Türe auch voll mit heim. Gut, dann fahren wir dann auch erst zum Hof Kühler rein. Und ich... Wenn es einem gefallen hat, lasst einen Like, einen Kommentar, dann hat mich frei. In diesem Sinne... Vielen Dank, bleibt's geil.